Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag-Doch-Charter-Bar. Tja, und heute geht's um ein ganz heißes Thema. Und zwar verrate ich euch die meiner Meinung nach sechs häufigsten Fehler, die man beim Ankern machen kann. Solltest du das erste Mal auf unserem Kanal gelandet sein und das Thema Yacht-Charter, Segeln und mehr genauso lieben wie wir, dann solltest du auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren. Es gibt hier jede Woche ein neues Video zu diesem Thema und am besten auch die Glocke gleich betätigen, damit du rechtzeitig erinnert wirst und auch weißt, über welches Thema wir sprechen. Das Thema heute ist, wie gesagt, Ankern. Ankern ist ja etwas, was man bei jedem Charter-Turn machen muss. Viele haben immer so ein bisschen Angst davor und die Skipper haben dann auch oft mal so ein bisschen unruhige Nächte, weil sie sagen, um Gottes Willen, hoffentlich hält der Anker. Und man kann ja natürlich vieles falsch machen, aber natürlich auch vieles richtig. Ich habe mir mal sechs Punkte rausgenommen, über die ich heute sprechen möchte, die meiner Meinung nach sehr oft leider Gottes falsch gemacht werden und so einfach zu vermeiden sind. Der erste Punkt ist, und das wissen wahrscheinlich auch schon viele, einfach zu wenig Ankerkette. Ich weiß, dass in den ganzen Schulungen, dass in den Scheinen, die man macht, dann gesagt wird, dass man das Dreifache der Wassertiefe als Ankerkette hernehmen soll. Puh, da habe ich dann immer so meine Probleme. Also ich persönlich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich bei sechs Meter Wassertiefe nur 18 Meter Kette draußen hätte. Und ich rede hier von einem normalen Charterschiff, ich sage jetzt mal um die 40 Fuß, aber das ist auch genauso bei einem 30 Fuß oder bei einem 60 Fuß Schiff. Ich würde hier niemals mich mit der dreifachen Länge zufrieden geben. Ich würde mindestens, also bei den sechs Metern, ich würde hier mindestens mal 30 Meter Ankerkette rauslassen. Und der Grund ist auch ganz einfach. Viele denken leider Gottes, dass dieser kleine Anker da vorne, dass diese kleine Schaufel quasi das ganze Schiff hält und verantwortlich dafür ist, dass man sich nicht wegbewegt. Diese Schaufel trägt dazu bei, ja, aber die eigentliche Arbeit leistet eigentlich das Gewicht der Kette. Und je mehr Gewicht ich draußen habe, desto mehr Gewicht zieht an meinem Schiff und hält mich dort, ja, wo ich eigentlich bleiben soll. Also deswegen bitte daran denken, dass ihr auf jeden Fall euch nicht mit dieser dreifachen Länge zufrieden gebt, sondern hier ein bisschen mehr rauslasst. Ich meine, es erklärt sich von selbst, dass ihr jetzt nicht bei 20 Meter Wassertiefe den Anker werft und dann komplett 60 Meter Ankerkette, wenn euer Schiff denn 60 Meter hat. Wobei die meisten Charterschiffe haben auf jeden Fall mal so mindestens 50 Meter Kette. Aber das ist natürlich dann auch zu tief, ja. Also da, ihr solltet schon schauen, dass ihr da bei um die 10 Meter ankert. Und da denke ich mal, bei 10 Meter sind 30 Meter meiner Meinung nach eben auch, wenn ihr sicher liegen wollt, eher zu wenig. Gut, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt hat auch was mit der Ankerlänge zu tun. Aber hier, den nenne ich auch bewusst an zweiter Stelle, weil es eben hier wichtig ist, dass ihr eventuell nicht zu viel Ankerkette rauslasst. Und zwar solltet ihr beim freien Ankern, beim sogenannten Schwäuen, auch wissen, was passiert, wenn sich der Wind dreht. Also den Schwäuradius solltet ihr immer mit im Blick haben. Wir machen mal ein Beispiel. Ihr fahrt in eine Bucht rein und der Wind kommt von Land. Ihr fahrt so weit nach vorne, bis ihr auf 7 Meter Wassertiefe seid. Und sagen wir mal, der Strand ist dann nur noch 20 Meter entfernt oder so. Ihr werft den Anker, der Wind kommt von Land. Das heißt, euer Schiff bewegt sich wieder raus aufs Wasser, raus in die Bucht rein. Und ihr lasst, sagen wir mal, 35 Meter Wasserkette raus. Äh, Wasserkette. Ihr lasst 35 Meter Kette raus. Und der Anker spannt sich. Der Wind kommt von Land. Ihr liegt mitten in der Bucht. Einwandfrei. Hört sich alles ganz gut an. Was passiert aber, wenn der Wind über Nacht dreht und auf einmal vom Wasser auskommt? Dann würden sich euer Schiff langsam drehen. Ihr würdet euren Anker überholen. Und mit größter Wahrscheinlichkeit würdet ihr dann, ja, irgendwann dann mal mit eurem Kiel, ja, den Untergrund berühren. Und das ist ein Punkt, den müsst ihr wirklich bedenken, dass der Wind sich drehen kann. Und ich habe auch schon Situationen erlebt, wo zum Beispiel mitten in der Bucht so ein Felsen war. Und die Leute sich rechts und links teilweise vom Welsen einfach mal den Anker geworfen haben. Weil der Wind dann zum Beispiel von der einen Seite her kam, war das überhaupt gar kein Problem. Der Felsen war in sicherer Entfernung. Aber wenn man da dann übernachten möchte und der Wind sich dreht, kann es eben sein, dass man mit seinem Boot dann genau auf diesen Felsen knallt. Wo das Schwein kein Problem ist, wo ich oft von Crewmitgliedern gefragt werde, ist, wenn ich zum Beispiel eine große Bucht habe und es liegen schon zwei, drei Schiffe drin und ich werfe den Anker und liege quasi, nachdem der Anker geworfen wurde und auch sicher liegt, irgendwie zehn Meter neben dem anderen Schiff. Da haben dann auch schon Crewmitglieder gesagt, Mensch, Ömit, was ist, wenn jetzt eigentlich der Wind von Steuerbord oder Backbord kommt oder dreht, dann knallen wir auf das andere Schiff. Das ist natürlich nicht der Fall, weil wenn dieses andere Schiff genauso wie wir frei ankert, dann bewegt sich dieses andere Schiff ja ebenso wie wir auf die andere Seite oder weg, je nachdem, von wo eben der Wind kommt. Das heißt, man bewegt sich dann parallel und würde sich hiermit auch nicht berühren. Anders ist es, wenn das Schiff neben euch eine Landleine hat und somit fixiert ist. Das würde sich dann negativ auswirken, wenn ihr frei schweut und der rechts von euch oder ein Steuerbord von euch mit einer Landleine fest ist und der Wind dreht, dann knallt ihr natürlich dagegen. Also da solltet ihr auf jeden Fall auch aufpassen und das ist etwas, wo nicht immer jeder dran denkt. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der falsche Ankergrund. Sagt ihr, naja, was soll ich mir da einen Ankergrund aussuchen, wenn ich doch irgendwo in eine Bucht fahre, dann habe ich eben einen gewissen Ankergrund. Das ist nicht immer so. Wenn ihr in eine Bucht fahrt, seht ihr auch oft helle Flecken und dunkle Flecken. Die dunklen Flecken sind oft Seegras. Und auf Seegras zu ankern ist auf der einen Seite umwelttechnisch nicht ganz so toll, weil ihr da das ganze Grünzeug rausropft, beziehungsweise die Problematik liegt eher darin, dass der Anker über dieses Seegras oft rutschen und slippen kann und diese Seewurzeln dann eben raus oder Seegraswurzeln rausreißen kann und der Anker nicht richtig sich eingraben kann. Auf Sanduntergrund sieht es ganz anders aus. Wenn der Anker auf Sand fällt und ihr fahrt da mal schön ein bisschen rückwärts, dass es ein bisschen rucken kann, dass sich der Anker eingraben kann, liegt ihr definitiv viel, viel sicherer und fester und habt im Endeffekt auch der Umwelt nicht geschadet. Ein bisschen aufpassen sollte man, wenn man zum Beispiel weiß, dass da unten drunter nur Felsen und Geröll ist. Da hatte ich auch schon das Problem, dass ich eine halbe Stunde rumgewürgt habe, bis ich den Anker dann irgendwann mal draußen hatte. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, hier euch auszusuchen, wo euer Anker fällt, dann sucht euch auf jeden Fall einen Flecken Sand aus. Ich persönlich finde das am besten. Was auch selbstverständlich sein sollte, und zwar geht es hier gar nicht darum, wie genau geankert wird, sondern dass man während des Ankerprozesses den Leerlauf betätigen sollte und im Leerlauf Gas geben sollte. Das ist ganz einfach dafür da, dass die Batterie, welche die Ankerwinch betätigt, einfach nicht leer gesaugt wird. Ich habe schon Kunden, äh Kunden sag ich schon, ich habe schon Crews erlebt, die auf dem Boot sind und die ankern und die haben teilweise geankert und dabei entweder den Motor auf, ja, also im Leerlauf gelassen einfach, ohne das irgendwie im Leerlauf auf Gas zu gehen, sondern einfach in keinen Gang, die sind in keinen Gang reingegangen, teilweise hatten sie sogar schon mal den Motor aus. Also damit saugst du natürlich komplett die Batterie für die Ankerwinch leer und das sollte man natürlich verhindern. Das heißt, man möchte ja nach dem ganzen Ankerprozess nicht irgendwie leere Batterien haben, sondern um das zu unterstützen, um auch die Ankerpower zu unterstützen, auf jeden Fall mal in dem Gashebel, da gibt es normalerweise immer einen Knopf, wenn man diesen Knopf drückt, dann könnt ihr in den Vorwärtsgang oder in den Rückwärtsgang gehen, ohne, dass die Schraube bewegt wird, sprich ihr seid im Leerlauf und trotzdem wird dann einfach die Umdrehungszahl des Motors einfach angetrieben und die Batterie wird somit dann direkt auch mit mehr Strom versorgt und ihr saugt die Batterie somit nicht leer. Gut, dann habe ich noch einen Punkt und zwar ist das einer, ich weiß, das macht nicht jeder, ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, dass ich nach dem Ankermanöver die Sicherung für den Anker nicht auswache. Viele lassen dann gleich runterrennen und sagen, okay, Kühlschrank aus, dies aus, jenes aus, Ankerwinch aus. Finde ich nicht so gut. Warum nicht? Wenn ich kurzfristig den Anker betätigen muss, weil es einfach die Situation erfordert, ob das jetzt nachts ist, weil auf einmal ich merke, dass ich hinten gegen die Felsen knall und ich jetzt ganz schnell reagieren muss und zum Beispiel durch das Betätigen der Ankerwinch den Anker hochholen kann und mich dadurch nach vorne bewegen kann. Ja, und wenn jetzt dann einfach diese Ankerwinch nicht aktiviert ist, weil die Sicherung draußen ist, dann habe ich ein Problem. Also für mich ist es eine wichtige Sicherung, die drin bleiben sollte, wenn der Anker im Wasser ist. Und das mache ich sowohl nachts als auch, wenn ich irgendwo in der Bucht bin, dass ich einfach weiß, okay, wenn irgendwas ist, kann ich sofort per Knopfdruck den Anker entweder locker lassen oder eben bewegen. Ja, letzter Punkt ist etwas, was auch nicht immer gemacht wird, was auch nicht immer nötig ist, aber was ich persönlich gerade nachts sehr wichtig finde, das ist, die Ankerkette zu entlasten. Und zwar ist es ja so, dass die Ankerkette, wenn die richtig auf Zug ist, dass die ja dann auch diesen Zug auf die ganze Aufhängung, auf die Ankerwinch an sich überträgt. Die hält das natürlich aus, das ist gar nicht das Problem. Aber wenn es jetzt mal dazu kommen sollte, dass wirklich auf einmal sehr starker Wind kommt oder dass irgendeiner gegen die Kette fährt nachts, weil er das nicht sieht, dann gibt es einen Riesenruck und das kann natürlich auch die ganze Aufhängung kaputt machen, das kann die Ankerwinch kaputt machen. Und überhaupt, um das alles zu entlasten, macht man es normalerweise so, dass man eine Leine nimmt, diese Leine vorne dann an der Klampe befestigt und am Ende dieser kurzen Leine, sage ich jetzt mal, einen Karabiner hat und diesen Karabiner dann an der Kette befestigt. Und dann, wenn man die Ankerkette wieder ein bisschen locker lässt, also wieder den Anker ein bisschen reinlässt, dann ist quasi die Ankerkette an sich über das Seil an der Klampe befestigt und der Zug wird quasi, oder dieser Druck wird quasi umgeleitet auf die Klampe und die Ankerwinch an sich ist ein bisschen freier. Gerade bei Katamaranen sieht man das sehr oft, da nimmt man dann die Klampe Steuerbord und Backbord und da gibt es ja dann sogar eine extra Vorrichtung mit zwei Seilen, beziehungsweise mit einer Seile, die vorne, mit einem Seil, welches vorne dann nochmal eine Verlängerung hat und die dann in die Ankerkette eingehackt werden kann, damit hier die Ankerkette entlastet werden kann. Also das ist auch noch etwas, was ich euch empfehlen kann, was oft falsch gemacht wird und ob es dann falsch ist oder nicht, kommt ja dann tatsächlich nur dann zum Tragen, wenn dann wirklich was passiert. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem paar Punkten, es gibt sicherlich viele mehr. Schreibt uns einfach unter die Kommentare, was euch noch so dazu einfällt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wo ihr drauf achtet. Ich bin mir sicher, das hilft dann auch den anderen Zuschauern und Lesern und ich bin sehr gespannt, was euch da so einfällt. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf eure Rezension bezüglich des Videos und auch auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.